Hallo allerseits, der P-Moment hier und willkommen zu Part A25 vom High-Fight-Dimension Neptunia-Marktulis-Play. Im vorigen Part haben wir das Normal-Ending erreicht. Und ja, in diesem Part werden wir jetzt einmal das Human-Ending angehen. Dafür fehlt hier nur noch bei 5pp der 5. Lily-Rank. Und das schaffen wir auch dann auch mit diesem alten Jaffa-Event hier. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal an, falls wir das richtig gemacht haben. Aber ich glaube, soweit ich weiß schon. Was sagt denn die Uhrzeit? Wir haben es nach Eidua. Man kennt das. Aber ja. Schauen wir uns das nochmal schnell an. Ah stimmt, das haben wir schon gesehen. Genau. Ach ja, kommen Sie sich ja nochmal ja anschauen. Nö. Stimmt, das hat mir schon. Das ist schön. Und jetzt müssten wir in die Rank 5 haben. Ja, haben wir. Okay, ja. Dann würde ich sagen, Human Ending, wir kommen. Es wird wahrscheinlich, ja, zum größten Teil hier wahrscheinlich gleich sein. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns an der Stelle dann wieder. Wo ist dann, ja, wo dann die, wie soll ich sagen? Wo dann die Abzweckung kommt, quasi. Bzw. wo dann, ja, der zusätzliche Content dann kommt. Okay, also hier ist es beim letzten Mal aufgehört. Also müsste es ja jetzt hier weitergehen. Okay, kennen wir. Mhm, mhm. Okay, ich heiße es hier ein Tag. Alle werden bald wiederkommen. Ich muss mich fertig vorbereiten. Hallo! Hallo? Are the creators here? Keeping me company on that adventure. To celebrate and rest, I thought... No need for formality. Relax a little gear. It's nothing official, right? Today... Today's our pajama party! Yeah! Even this place seems small when so many people are gathered here. Yeah, let me in CG. Nice, nice. And ooh! Cave, really nice. Very nice. Of course, it's not too bad. And the rest is also very solid. Except for Nisa and Gast. Aber bei Gast ist es verständlich. Aber bei Nisa... Ja. Weiter im Text. Does my body take up too much space? Guss is worried someone will step on me while I'm sleeping. Besidekick must sleep next to the heroine. You're by me up here. If she doesn't mind, I'll take this spot by IF. If he has the habit of clinging on to whoever sleeps next to her... Be careful! Come on! I kicked that habit a long time ago! Oh! How loud! This is my first time sleeping with such a large party! It's still a little sad. Everyone has work tomorrow, so we can't stay up too late. Und ich muss um... Zehn vor sieben aufstehen. RIP. Is that so? Lame! These Slumper Party Events only happen once in a lifetime! That's true. If we all just go right to sleep, it'd be wasting an amazing opportunity. Yes, but... Let's just stay here tomorrow too! Wow! Good idea! We could just stay every day! Every day? Hmm... That actually works for me. It's an easier commute to work from here. It's so difficult to commute to Leanbox. Maybe I could build up a fanbase around here for a while. If that's okay. I suppose this is a good exercise, to give Chica and Virte some time alone. Hmm... Hmm... Kein Kommentar. You would oppose to a heroine of justice protecting your home? It's not that really. This might be kind of fun. Then try to look a little happier. We're all here to see you, Gigi. Will this really be okay? I don't think I'll get enough sleep for quite some time. It feels like I feel every day. Man kennt this. Aber ja, das war das Human-Ending Und ja, der Part wird sich nicht kurz, also läuft auf jeden Fall Die Wurfnahme ist nicht mal eine halbe Stunde Ja, aber ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, bänden wir jetzt mal hier den Part Im nächsten Part machen wir dann einmal das Planetoon-Ending Und dann, ja, kommen die restlichen Endings Ich denke mal, die vier Landmassen-Endings, Planetoon, Lightstation, The Wii und Leanbox Die werden auch alle ziemlich kurz sein Deswegen würde ich sagen, könnte man eigentlich dann auch, ja, zwei Parts pro Tag uploaden Damit es dann, ja, damit es der Mitte ja nicht mit einem Part, ja, pro Tag, ja, mit so einer Ding Kurzen Kürze, kurzen Kürze Mit so einer kurzen Länge dann, ja, verbleiben müsst Weil solche 10-15-Minuten-Parts pro Tag Ist, glaube ich, auch ein bisschen wenig, ne? Vielleicht sogar 5 Minuten, je nachdem Deswegen, ja, machen wir es so Dass wir dann für die vier Endings halt dann dementsprechend auch zwei Tage aufteilen Statt auf vier Aber ja, seid dann auf jeden Fall gespannt auf die restlichen Endings Und vor allem dann auf das Conquest-Ending Ich hab, wie gesagt, auch nur noch nichts davon gesehen Also, für mich wär das auch, ja, eine komplett neue Erfahrung dann Also ja, seid gespannt darauf Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da Und falls ihr so einer der ersten Tausenden wollt, wann ich etwas Bombastisches uploade Dann abonniert den Kanal Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren Und falls es euch interessiert Mein Instagram, Snapchat und Twitch-Name steht unten in der Videobeschreibung Also, das war's mit dem Video Bis dahin, see you